Und ich würde einfach zurück und sagen zu meinem jüngeren Selbst, einfach geht es, du magst es, du magst es, du magst, was du machst. Also nicht jemanden zu stoppen, oder jemanden von Kommentaren oder Kritik zu stoppen, zu stoppen, was du magst. Das ist der Weg. Als Rat für die jüngeren Leute, für die jüngere Generation, würde ich mit Sicherheit sagen, schaut erstmal, wo ihr wirklich Lust zu habt. Das wird ja immer gesagt, das ist ganz klar. Macht das, was ihr macht, mit wirklich viel Liebe und Passion. Aber denkt auch ein bisschen an andere Möglichkeiten. Einfach, was kann sonst noch passieren, haltet die Augen offen und guckt mal, ob sich nicht Optionen auch darbieten und tolle Möglichkeiten außerhalb dessen, was man eigentlich für sich selber so angedacht hat. Was ist das nicht zu viel? Wie ist das? Das ist völlig möglich. Du kannst das. Und es einfach, es versuchen. Und es versuchen. Es versuchen, es zu versuchen. Das versuchen, es zu versuchen. Und das versuchen, wir versuchen, an dasenデ� Ich denke, wenn wir das Gefühl haben, dass Wissenschaft für alle ist, und ich weiß, dass es wieder gesagt wurde, und ich denke, dass es wichtig ist, dass ich und jede Frau, die diese Karriere entschieden haben, müssen die Worte so viel wie möglich, vorstellen, was eine fantastische Karriere und Wahl dieses ist, von wirklich jungen Mädchen, dann natürlich auch die Unterstützung. Ich denke, die Unterstützung durch das. So, ich habe die Säge, aber dann bin ich da, constantly, auf alle Ägern, bis dann zu unterstützen, die Frauen in der Arbeit. Weil Frauen, besonders mit Kindern, aber auch, es ist demonstrativ, dass sie mehr Zeit für die Familie, in generell, wenn sie keine Kinder haben. Also, unterstütze das in irgendein Weise möglich, und wirklich, um die Diskriminierung in diesem Sinne. Ich habe eine Geschichte ein bisschen anders aus den anderen, weil, wie in Astronomien, die meisten sagen dir, ich habe immer gesehen, 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 weil ich nie diese Geschichte hatte. Ich habe immer gesehen, die Dokumentale von Astronomien, aber auch die Dokumentale von Archeologie, zum Beispiel. Und in meiner Sicht gab es keine Option für Astronomien. Ich hatte keine Intention, dass ich mich als Astronomer geworden bin. und ich habe immer gesehen, dass ich mich als Astronomien verletzt habe. Wir kümmern uns um eine Wissenschaft, die wirklich die großen Fragen berührt. Es wird von daher nie langweilig. Und für mich im Bibliotheks- und Dokumentationssektor, ich bin hier jetzt seit über 30 Jahren, und es hat mir nie das Gefühl gegeben, stehen zu bleiben. Aber die Telescopen sind sehr spezielle Systeme, ich finde, Sie finden absolut alles in ihnen, all die disciplines von Engineering. Und Iso ist so ein spezielles Ort, wo man wirklich mit deinen Händen ganz überall und alle zusammenarbeiten mit dir und mit dir verstehen, was sie machen. Ich finde, es ist wirklich ein guter Ort, wo man viel lernen kann. Das ist auch dem geschuldet natürlich, dass da ein relativ begänztes, kleines Team ist und wir bei der Iso aufgrund unseres internationalen Status immer die Regeln neu wieder eigentlich machen müssen. Es gibt für uns keine Blaupause, mal so gesagt. Aber ich sehe überall guten Willen und den Wunsch eigentlich doch nach Kollaboration. Und das ist das, was zählt am Ende. Was immer das A und U, finde ich, ist von allem, ist die Kommunikation. Wir müssen alle besser, offener, ehrlicher miteinander sprechen und auch zusammen und auch direktoratsübergreifend. Und das ist das, was ich, das ist, das ist, was ich, das ist, das ist, die Kommunikation. Interaktieren mit der Menschen. Das ist, das, 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 ist. das, das, Astrónomos, mis compañeros, ver su pasión, ver sus nuevas ideas, no sé, me hace que me sienta como, ah, yo también, yo quiero ser parte de esto, yo también tengo esta idea y quiero compartirla con ellos. Entonces suele ser eso, mis compañeros.